sehr schön so muss das ich rede die ganze zeit und mache mache so und dann fällt mir erst mal auf oh leute ich krieg das gar nicht angezeigt ihr deppen irgendwie sagen hat er kommt und sich gerade aufbauen oder aber ich bin der fast schlechtest aus dem team schon mal gut zu wissen hochfreundlich die leute ich lieber besser warum lädt das denn alles so lange Wäre ich denn gar nicht gewohnt von Raylo? Oder sind seit kurzem die Server langsamer geworden? Nö? Heute kein Bock mehr? Wie kann ein Mensch nur nur von Baller sein wie ich gerade? Oh, ich muss den Sound mal leiser machen. Dann sieht man aber wie lange ich keinen Waiter habe. A oder B. B. So. Let's go. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. O. Achtung. Oh, sorry. Hey, Digga! Warum treffe ich die denn nicht? Komm hier, we Camper can. Oh, Junge! Gut. Ja, ich merke, dass ich das Spiel nicht mehr gespielt habe. Das ist aber nicht schlimm. Dafür spielen wir natürlich auch beim Runde. 1-0. Das bedeutet ihn. Good job. Ich habe vergessen, was das für eine Dreckswaffe ist. Alter, eine Bulldog. Nice, guys. Wie scheiße, als wirklich, ey. Ey, das ist in diesem Team. So. Wer hat das Fadenkreuz hier eingestellt, Alter. Soll ich es? Sehr schön, so mehr zu meinem Beton. mit junge ich treffe aber auch nichts 55 in den brustkörper also ich muss genauso alle alle genauso lust wie ich nichts verpasst nichts gemacht die komplizierte taktik vergesst es nicht ja kom a jünger mail Oh, ich bin mitgegangen. Mit? Von mit? Keine Ladung übrig! Kill it! Kill it! Keine Ladung übrig! Ich laufe noch voll rein, bin ich so doof, Alter. Merkst du, wie lange ich das Spiel nicht gespielt habe? Up! Boah, fett sich halt in den Brustkorb. C'mon, guys, you got this. Ich hätte noch eine Branche gehabt, ich hab... Ah, nee. Die hab ich nur bekommen, wenn ich gestopfe. Von A3 und von, ähm, behind. Ja, nice. A3, A3. Ich bin genau so wenig wie ich. Heal yourself. Nice. And just push. Just push. It doesn't matter. Ah, na schon. GG, Willus. Okay, sind genau so. Wtf? GG, guys. Der Maid ist aber auch... Fuck, mein Pink. No, no, no. Ich hab gar keinen Bock mehr auf diesem Chat. Wtf? Shorty. Sprachausgabe... 1 minute, 2 A, 2 B, okay? Äh, hallo? Sprachausgabe? Ähm... Wo ist denn... Ach, Sprachchat da. Okay, ähm... It's A. In A? Or me. Boah, bin ich so doof. Ich hab mir einfach selbst eine rein. Was war das dann gerade, bitte? Was war denn das, bitte? Die sterben alle genauso schlecht wie ich. Äh, die sterben alle genauso schnell wie ich. Und der andere Maid... Ja. Ich glaub, wir spielen noch 2-3 Runden Spike Run, bis ich hier überhaupt noch was reißen kann. Ich bin ja richtig... Ah, Junge. Sorry, guys. Ich spiel dir mit dem Controller, oder was? Ja, alter. Ärgerlich. Aber... Was willst du denn machen? So... I'm going mid. Ja, egal. Geh du mid, dann gebe ich B. Komm. Bringt euch alles nix hier, ne? I'm crying. I'm crying, ja. Okay, gut. Nur das Englisch. Ähm, B something. Close door. Egal, ich close da unten selbst. Die ist hier nicht. Boah, vielfältig und... Aber auch viel zu schlecht geballert. Close door, bro. Viel zu schlecht geballert. What the fuck? Don't close. Don't close. Close door, close door. Don't close. Don't close. Fuck. Äh, mäh, gerade ihr... Headset... Äh, erode... Ja, nochmal auf ganz leise. So. Haben wir nicht viel verpasst, bin hier. Quatschen. Schöner kill. Ja, ärgerlich. Aber gut. Aber gut. Es ist ja erstmal zum Warmen. Deshalb spiele ich's dir. Sagen wir ja springen. In heute spiel. Match gefunden. Es ging aber auch schnell, du. Aber ich spiele jetzt mal drei Spy Cross. Dann müsste ich relativ warm sein. Dann spielen wir ein komplettes, ähm... Ein komplettes... Ungewertetes Game. Und dann starten wir mal das Matchmaking. Im besten Fall. Könnt ihr da was reißen. Hoffen wir es mal. So. Dauert nochmal 40 Sekunden. Er kann das aber auch lang, du. Ich merke gerade, ich habe voll unser Abendessen verpennt. Sehe ich euch jetzt? Weil meine Mutter mich achtmal angerufen hat und geschrieben hat. Jo, passiert, ne? Okay. So. Haben wir das alles? Ja, passt. Wackelt. Hat Luft. Sehr schön. Spike anstürm. Spike anstürm. So was. Spike anstürm. So was. So was. Ein zweites Mal kann ich nicht mehr. Okay. Jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren. Ich muss mir echt mal das Fadenkreuz ein bisschen größer machen. Fadenkreuz erweitert ein. Fadenkreuz erweitert ein. Lade nach. Lade nach. Bereite Portat vor. Ja. Okay, ich kann nicht viel machen. Nicht bewegen. Ah, der war verschissen. Ist auch schön, den haben wir mitgenommen. Endlich mal was getroffen. Dicke, ein Franzose. Sieh, als könnte ich Französisch. Wo war denn der jetzt? Oh, Junge. 71 gegeben. Bist du jetzt aber selbst, wenn du heute meinst. Ja, aber wir hätten es mal einen Kill gemacht. Das geht doch schon mal. Jetzt sind wir wieder langsam warm. Ich würde das Fadenkreuz ein bisschen größer machen, oder? Wenn du spielen willst, spielen wir. Lecker ab. Gegner bei A gerichtet. Oh. 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 Sieht sehr noch weh aus. Was war denn das für eine Waffe? Beide ärgerlich gestorben. Sehr schön, nice job. Good job bro. Der war gut, alter. Der war... Schönes Ding, schönes Ding. Boah, aber jetzt mal mit anständigen Waffen. Gem. Ein kille, schön. Zwei, kommen wir auch noch hin. Oh, fuck. Den zweiten haben wir nicht mehr hinbekommen. Zwei, fünf. Die hatte ich noch mit dem Kopf gesehen. Und so langsam mich bewegt. Okay, wir werden langsam warm. Wir werden langsam warm. Ich krieg aber langsam Feuer. Ah, das war natürlich ärgerlich. Oh, haut oben. Ganz oben. Das sieht man nicht oft bei Raylo. Ne Shorty. Ne Shorty. Wobei jetzt mir der Shorty eigentlich unglücker ist, wie auf A zu gehen. Weil das ist ja ein echt kurzes Tanzwaffe. Weil das ist ja ein echt kurzes Tanzwaffe. Oh, Junge. Hier aber gerade richtig. Einen reingezwiggelt. Ach, Mensch. Die Feier wollte ich schnell genug setzen können. Ich glaub, der macht das taktisch ganz clever. Ah, kann's nicht machen. Da machst du echt nix. Wenn der A zwei Meter Shorty hast, dann hast du halt nur zwei Schüssen hier. Mit der Ares. Das wird lustig. Ja, mein Herzchen, Alter. Da war okay. Kann man ganz gut spülen. Ja, wo war der denn? Ich hab' nicht gesehen. Ich renne voll rein und treffe nicht außer die Füße. Ärgerlich. Aber die war schon mal besser als die erste Runde. Haben wir schon mal daraus gelernt. So. Überspringen. Erneut spielen. Match gefunden. Ich bin wieder da, Fauti. Ich bin wieder da. So. Ich bin wieder. Ich bin wieder um. Oder ich bin mir. Ich bin mal um. Komm. Wobei es clever wäre, wenn ich mich jetzt nur auf einen. Ja. Scheiß drauf. Hätte ich mich jetzt nur auf einen fokussiert. Ähm. Also wirklich nur. Schirma. Fenix gespielt. Moin, Paddy. Schön, dass du da bist. Gehst dir das Nüsschen. Den frohes Neues noch. Wir haben uns dieses Jahr noch gar nicht gesehen oder gehört. Oh Gott. Ich hasse Leute, die sowas machen. Aber ich gehöre manchmal echt selbst dazu. Bist du gut reingerutscht, Paddy. So. Das ist die letzte Runde Spy Crush. Dann gehen wir in eine ungewertete. Und dann gehen wir in ein... Äh. Kurzer Sprachfehler. In ein gewertetes. Und es scheint so, als hätte der Paul noch heute... Als hätte der Paul heute im Schirm noch gar keinen Head angemacht gehabt. War natürlich jetzt das Unkleber, dass ich das, ähm, angesprochen habe, wenn die Runde losgeht. Das müssen wir natürlich gleich hier lösen. Danke dir auch ein Ufrosen Neues. Danke, danke, danke. Hauen wir mal, dass das da ja ein bisschen besser wird als das andere. Aber es ist ja ein Mecker noch oben hier oben, ne? Ja, alle reinrushen. Bam. Ab in den Kopf. Abschuldigung. Ja. Hallo. Ich bin mit deinem Auto. Nein. Man... Du hast das gerne. Na 90-mal, nur, nur... No. Na, da ist noch mal. Ja. Du hast schön. Hier. Du hast mir geschmeckt. Und doch, wir machen. Das ist ja, was ich eigentlich nie in meinem Auto. Letzter ist oben, das werden wir hinkriegen. Das war jetzt aber gerade Lucky, dass ich an dem in meiner eigenen Smoke dran vorbeigelappt bin. Das war jetzt für ihn Lucky, für mich Lucky Lucky. Eine Judge, was möchte ich denn mit einer Judge? Wenn ich das richtige Inneren habe, ist das eine halbe automatische Schrottwinter, ne? Ja, das sehe ich schon hier. Geh mal mit der Rainer mit. Ja. Da ist irgendwas Explosives. Der war aber hier gerade wirklich sehr böse. Der habe ich aber gerade richtig gefühlt. Richtig gut sogar. Die Nummer 3 hätte ich jetzt aber gefühlt. Jetzt hör auf mit deiner Golden Gun hier rumzuscheißen, Alter. Das wird nix, das wird nix, das wird nix. Hör auf mit der Golden Gun. Schönes Ding. Fast ein Klatsch gemacht, Alter. Ich werd warm, ich werd gerade wieder warm. Was, Klatsch bitte nicht? Ich hab noch fast. Das war jetzt aber gerade wirklich sehr ärgerlich, dass ich da einen nach dem anderen präsentiert bekommen habe. Nehmen wir es mal so. Oh, den hab ich nicht weggesehen. Aber ist nicht schlimm. Wir machen hier mal ne Dings. Ballern hier mal hinterher. Hat die sich gerade selbst umgepackt? Ich hab Paras, ich hab Paras, ich hab Paras. Das ist einer von uns. Ja, das saft war den Ball. Ah, da war ne Jet. Also, da steht noch einer. Ah, da waren zwei. Da hat mich die Jet noch mitgenommen. Aber nicht schlimm. Die Rainer. Rainer gegen Rainer. Oh, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Die hat ne Ball gesetzt. Ey, ich geh mir mal grad, während alle Fähr alle tot sind, wir geh mir grad ne Headbauern. Ich hab auch gar gewöhnt, dass ich heute gar keine... Au! Gar kein Springsteen. So. Ich warte. Oh, ich geh jetzt auf. So. Ich geh jetzt auf wieder da. So, jetzt ist der Papi da. So. So. Oh, eh ne... eh ne Scheiß Waffe. Also, nicht viel verpassen. Ähm, dementsprechend. Oh, ich hab ja die. Oh, das war aber wirklich Lack gerade, dass ich hier so kalt reingeworfen werde. Ja, da ist noch einer in der Mitte. Oder? Was hab ich denn jetzt gerade für Lack? Ah, ich hätt's nicht, ich hätt's nicht callen sollen. Patty, ich hab gestern, wenn du gerade da bist, ich hab mich gestern so böse, böse verkauft. Feld ist mir gerade eingefallen, dass ich ein Head gebaut hab. Ich hab doppel Apfel gekauft. Und ich bin gar nicht der Lakritz-Typ. Ich hab gedacht, komm Digga, probier mal, ob der gut ist oder nicht. Junge, ich hätt beinahe... Also, ne, gekotzt mir jetzt zu viel, aber... Gar nicht meins, gar nicht. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, ich bin dieses Jahr auch schon sehr chillig unterwegs, wie man sieht, in kurzer Hose. Äh, bin aber am Putzen. Ah, da geht's direkt los mit dem Neujahresputz. Gute Vorsätze und so. Oder, wie meinst du, warum putzt du Samstagabend die Wohnung? Das muss doch einen Grund haben. Noch eine neue Stippe vor, dann teleportieren wir uns jetzt mal nicht ausnahmsweise. Ab, bin umgezogen. Ah, stimmt. Jetzt macht das auch Sinn, dass du gesagt hast, du hast deinen Rechner abgebaut. Die ist gar nicht vollautomatisch, wenn man zoomt. Hab ich voll vergessen. Hab ich voll vergessen, alter. Leck nicht. Da war ja was. Inwiefern umgezogen. Nochmal in eine größere Wohnung, in eine andere Wohnung. Eine kleinere. Joa, ne, warum nicht? Wird seine Gründe haben. Ich fasse hier auf. Da. Ja, war schlecht gespielt. Frechen wir nicht drüber. Die war von mir selbst schlecht gespielt. So. Ich hab nämlich jetzt nur noch Tabakreste. Äh, darauf kommen wir nochmal zu sprechen. Doppelapfel. Ich hatte so oder so nicht mehr viel Tabak und dachte, komm, kaufst du noch schnell welchen. Und hab dann ungelesen einfach gegriffen, hab einen weggestellt, der wahrscheinlich gut gelesen wäre und hab Doppelapfel gekauft. Revive. 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 Bro. Du hast doch noch Walls übrig gehabt. Nice. Naja. Okay. Dafür hat der andere einen Klatsch gemacht. Sudden Death. Das wird jetzt lustig. Warum ne kleinere? Äh, Wohnung? Also ich, äh, ja, ich spreche grad voll durcheinander. Aber. So. Ja, bei W haben sie grad meine ganze Mates erstört. Oh, ja, okay, 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 okay. Letzter lebender Verbündeter. Schade. Ich dachte, das wär faktisch clever, aber hab's verkackt. Ja, einer gegen drei Bär so oder so, etwas eng gewesen wahrscheinlich. Aber MVP geworden, sehr schön. Okay. Dann lass uns doch mal in die ungewertete Welt reingehen. Dass wir jetzt hier auch mal ein bisschen, äh, ordentliche Runden sehen. Im besten Fall. Match gefunden. So. Angezogen ist der, würde ich sagen. Ich bin jetzt weiterhin, komm, ich bin weiterhin oben. Jetzt hab ich oben mich hier so, mit oben hatte ich, glaub ich, bisher die beste Runde. Deshalb bin ich auch oben weiterhin. Wenn es denn geht. Also ich hab bisher immer nur Jed, Ohm oder Phoenix gespielt. Ähm, ich glaub Phoenix bisher am besten. Hätte ich jetzt einfach nur so aus dem Bauchgefühl gesagt. Wobei hier auch schon zwei, zwei Charaktere, ja, also die Dame ganz rechts und, äh, der Roboter da unten, äh, neu dazugekommen sind seitdem ich nicht mehr gespielt hab. Das ist dann doch schon ungewohnt. Vor allem wenn ich jetzt gegen die Janker, äh, antreten müsste. Sie kenn ich noch. Sie hat doch diesen Fuchs und so, äh, ja. Aber, wir lernen den Roboter kennen. Passt doch. Perfekt. Wir wissen, wissen wir auch mal was der kann. Okay. Also scheint so, als hätten wir, äh, hätte ich das Team das weniger spielt. Nehmen wir es mal so. Weil ich jetzt gerade irgendwo ein Level hier gestiegen bin, die alle hier schon relativ okay sind, um meine Mates, genauso wie ich, ähm, nicht regelmäßig spielen. Hätte ich jetzt mal gesagt. Ungewertet Frankfurt 1. Das ist schon mal gut für den Ping. Aber trotzdem dauert's. Wobei für mich tatsächlich französische Server, gerade Bordeaux oder so, deutlich besser sind. Äh, von der Connection her. Ja, da habe ich einfach meistens einen besseren Ping dazu. Ich hätte jetzt mal aus dem Bauchgefühl gesagt. Wegen der Distanz, die zwischen mir und Frankfurt liegt und die zwischen mir und Bordeaux liegt. Ähm. Ja, auf dem Foxy-Server, der läuft, äh, unter OVH Bordeaux. Okay, warum steht da im Spiel, dass das Game ist abgebrochen worden? Ja, machen wir mal auf eine Gruppe, oder? Warum nicht? Ich dürfte keines Gutes haben, ne? Habe ja auch gar nicht angefangen gehabt, war jetzt nie so mein, äh, mein, äh, Steckenpferd. Äh, genau, Foxy-Server steht auch bei OVH in Bordeaux und da habe ich immer den besten Ping. Ja, ich bin ja wieder oben, ne? Im besten Fall. Komm, oben. Wir ballern jetzt mal diese Runde hier als Ungewertete. Mal richtig schön rein, dass wir im Matchmaking nachher auch ein bisschen, äh, was, äh, zeigen können. Der Timer ist echt immer so lang. Ich bin immer kurz am überlegen, ob ich da Musik rein mache. So, aber, lassen wir einfach mal, oder? Lassen wir einfach mal. Ich habe heute auch richtig Bock, richtig lange zu streamen. Also nicht nur Whaler natürlich, sondern nachher irgendwas anderes. Vielleicht auch nochmal Coding für Foxy, der wird sich bestimmt der Endo freuen. Ähm, aber ich habe heute richtig Bock zu streamen, weil ich alleine, weil ich gestern ja extrem lange wach war. Eben einen Powernap gemacht habe. Ich werde jetzt langsam wieder wach. Ähm, entsprechend diesen Voraussetzungen ist es, glaube ich, ganz cool. Also von, von der, ähm, von der Fitness her. Wach sein. Äh, dementsprechend können wir das bestimmt auch durchziehen. Wenn die Motivation weiterhin so bleibt, wie sie gerade ist, denke ich sehr gut. Match gefunden. Och, willst du mich verarschen? Was soll denn die Kacke? Warum fliege ich denn immer aus den Games aus? Hierbei ungewertet. Hat das irgendeinen Grund, oder so? Match gefunden. Leckt mich am Arsch. So, wir zwei haben bewertet, die Gegner noch gar nicht. Äh, gewertet. Äh, da. Main festgelegt, dass da rechts müsste eigentlich heißen, dass die Gegner das machen. Aber ich vermute mal, die Gegner sind alle AFK, oder was? Weil da hat noch keiner was festgelegt. Weil das sieht mal so aus, weil die sich nicht verändert haben. Jetzt. Guck mal, jetzt haben wir zwei. Ja, also okay. Perfekt. So, da fehlen noch zwei, die sich festlegen müssen. Und dann hoffen wir mal, dass die Runde hier zusammenkommt. Oh, Jungs, was soll das denn? Sorry, ich habe gerade rausgetappt. Geht das jetzt los, oder geht es jetzt nicht los? Ja, es scheint loszusehen, loszugehen. Das ist schon mal cool. Komm schon, Waylo, lass mich doch mal einfach eine Runde ungewertet spielen. Ob das jetzt in Stockholm ist, oder Frankfurt, das ist mir egal. Ja, Halleluja. So. Ich hole mir eine leichte Rüstung einfach zum Anfang. Und im besten Fall Paranoia. Ja, Paranoia kommt. Meine Mates gehen alle auf A. Okay. Dann gehen wir mal mit, aber ich gehe über die Mitte. Vielleicht kann ich da ja schon ein bisschen was reißen. Huh, Paul, jetzt muss ich sich konzentrieren. Das wird jetzt, das darf jetzt nicht peinlich werden. Ich habe jetzt extra quick, äh, ja, Spycrust gespielt, damit ich warm werde, weil ich das ja schon länger nicht viel gespielt habe. Bin in der Hoffnung, dass wir, ich hätte früher mal gerne Waylo gemacht, so links, rechts, links, rechts, links, äh, ja, dass wir hier gut, gut ins Umwelte reinkommen. Ja, also gut reinkommen, tun wir nicht. Wir haben zwar zwei Gegnern zwei Damage gemacht. Äh, one at B-Side, äh, one mid. Äh, mid before A. Na, schöner Header. Ah, wacker, kein Header. One Upside, B-Side, one mid. Boah, warum habe ich mir das V gelegt? Sehr schön. Ah, ärgerlich. Aber, war okay, ja, Rundenstart. So, machen wir jetzt noch eine enge Runde, oder? Ähm, ja, wir machen jetzt mal schwere Rüstung und kaufen uns ne Ghost. Und dann, ähm, sind wir für die nächste Runde gut gewappnet. Ich versuche jetzt mal nicht direkt in die Mitte rein zu rennen und, ähm, hier komplett das Ding weg zu hauen. Das ist so schön. Ja, ja, hab ich mal versucht zu nehmen, aber hat nicht viel gebracht. Da ist die Tür zu. Das ist natürlich jetzt beschissen. Habe ich da kurz gezuckt? Nein, hab ich nicht. Ich war, ähm, natürlich voll dabei. Gar kein Stress. Das war natürlich ärgerlich, dass er jetzt nicht gehintet hat. So, jetzt wähle ich mal Spike. Können wir bitte mal woanders hingehen als A? Ach, kommen wir jetzt. So, dann spielen wir mit der Guardian. Die Guardian kann ich mich daran erinnern. Ja, mit der war ich früher, also mit der hab ich früher mitunter am liebsten gefühlt. Okay. Ja, 2 Minuten. Oh, ja, die hat mich voll erwähnt. Der Mädel hinten lebt noch. Oben müsste da noch jemand stehen. Den haben wir. Schön. Wo kam denn die her? Ich hab doch zwei Mates da stehen. Die standen natürlich beide unten drunter. Na, das ist natürlich professionell gut gespielt, Alter. Ja, watch mit, watch mit. Die gucken natürlich beide nur auf einen Punkt. Das war taktisch nicht so clever gespielt. Und unser Sniper hängt natürlich noch ein bisschen weiter hinten. Sehr schöner Kill. Sehr schön. Ist das die Jäger? Ist der mit der Jäger? Jetzt hat er geswitcht. So, eins gegen eins. Er hat aber noch relativ wenig Leben. Tja. So, Manni haben wir genug. Ähm, da spiele ich aber tatsächlich, glaube ich, die Marschall. So weiß ich nicht. Jäger, sondern Marschall. Ähm. Na, ich spiele wieder die. Na, ich spiele die Spectre. Ich spiele die Spectre. Ich spiele die Spectre. Ich spiele die Spectre. Ich gucke ein bisschen was, ich gucke ein bisschen was in der Mitte abgeht. So was von Tod. So was von Tod. Muss ich ran sogen, muss ich mir so leer. So. 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 dann halten wir mal die rückseite hier fest ja es wird doch langsam wieder ja wir spielen jetzt weiterhin mal noch die spek da ich glaube die taktik wie ich gerade so gespielt habe war gar nicht so schlecht mal ein bisschen halblang machen und abraten konzentriert euch ausnahmsweise ja die hat mir einen mitgegeben ja ja haben wir doch nice ok 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 so jetzt sind wir doch mal gut aufgestellt ich bin der spike ich hab den spike wobei ich den gerne mal trocken hol dir mal einen von euch den spike bitte ja 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 das war die jet ja ja die dureyna war auf der packshalte jetzt weiß ich nicht war die hinter mir oder war die hier vorne irgendwo ich glaube die sie in die mitte gegangen wenn mit 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 das war aber auch nicht gut für mich da hätte ich besser auf den kopf ziehen können wir nehmen den revolver falls wir irgendwann mal verkacken und schnell wechseln müssen dann machen wir mal für unser team hier die mitte zu die die Das ist ja gar nicht Er war natürlich jetzt voll gefressen Ja von hinten auch noch Da war ich voll gefressen Aber nicht schlimm Nicht schlimm Eine verlorene Runde ist nicht schlimm Hätte ich dir gerade gekauft So freundlich mache ich mal die mit dicht Ah ne wir gehen ja Scheinen alle hier zu gehen Dann gehen wir mal tatsächlich so ein bisschen hier Über die Schiene Dass wir hier den machen Einfach als Ablenkung Wenn du spielst Spiel Das wäre glaube ich zu brutal wenn ich jetzt direkt da hochgehe Ein wunderschönen Ein wunderschönen Gutes neues Rutsch und so Genau Ich habe Verena Ich spiel jetzt einfach mal den hier Ah Was meinst du mit eigentlich schon wieder online Das war Das war Ein tick zu spät Und den nutzen wir dann aus Und den nutzen wir dann aus Ich spiel manchmal Spekta Ein bisschen Cashmatch zu sparen Da hätte ich früher rein gehen sollen Dann hätte ich den bestimmt mitgenommen Wenn ich ihn geflecht hätte Aber ich habe mich halt echt unnützig positioniert Muss ich zugeben Ja Das hat sich ein bisschen geändert Pfff Äh Aber na Ah Ah Fuck Na Reiner ist eines noch Von hinten Schade Die Reiner hätte ich da um die Ecke mitgenommen Watch mit Sprudel ist alt Das heißt wir müssen uns gleich mal Das Versteckung holen Aber das kriegen wir hin Ein Gegner übrig Ah schön Ja One upper Ja Einfach reinholgern Sehr schön Das war doch mal noch gut gespielt So Was spielen wir denn Was spielen wir denn Was spielen wir denn Wir spielen äh Phantom Einfach mal Phantom bei Ich pack drauf ab Lobby Wir machen mal die Mitte dicht Dass wir da nicht direkt äh In den Kopf hineingehörsen Wäre denn Ja 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 Ich muss mir die Backseiden Bisschen Verhalten So Da war aber noch die Jet Mit See und Höhe Okay Auch gut So können wir spielen So können wir spielen Schöpfe, dann sind wir gut unterwegs. Da, Jett, guck mal, ich geb den hier, mit dem kann ich nicht viel anfangen, oder Rainer nicht, du den. Ja, Haldim, Haldim, wo ist der Mann? Egal, ich kann kein Russisch. Okay, das ist Russisch. Jett gibt mir bestimmt Rückendeckung. Danke schön für die Rückendeckung. Die war natürlich taktisch gut gespielt von mir. Wie immer, alles. Wohl überlegt und gut gespielt. Papa. Noch 30 Sekunden. Schöner Heldschuss. Heldschuss. Genau. In den englisch sprechenden Meister. Letzte Runde in dieser Hälfte. Das heißt, einmal alles rausordnen, was wir haben. Ah, spielen wir auch mal Operator. Da spielen wir auch mal Orb. Warum denn auch nicht, ne? Wir machen die Mitte dicht. Die Ult haben wir noch. Die müssen wir mal reinordern. Ja, ja, gut. Irgendwo, ne? Ist hier natürlich go nix. Lass den Himmel leuchten. Erledigt. Spike in B. Aus dem Weg. Sehr schöne Runde. Da gehen wir noch ein Unentschieden in den Wechsel rein. Seitenwechsel. Kann also nur gut werden. So. Paranoia. Gab doch Paranoia in seinen Kopf. Oh. Zwei Mitte einer A. Ich will wahrscheinlich jetzt A, aber die von der Mitte können ja relativ schnell rotatieren. Rotatieren. Oder hier. Den machen wir mal. Ja, den Zugang hierzu. Da sind wir mal in der Mitte. Ich bin mal in der Mitte. Ich bin mal in der Mitte. Ich bin mal in der Mitte. A Side. A Side. Hier. Und dann. Nein. A Side. Und dann. The. war schlecht gespielt spekter und leichter schutz geldtechnisch nicht drin weil ich bin brauche ich meine mitte zu da müsste ich jetzt jemand weiß ich gut stehen wie clear nach mensch der 104 in den body gegeben die hat sich aber noch er hatte noch die hieber das war natürlich jetzt ehrlich aber neue haben die mitte sie geht nicht mit mit mitte nicht mit mit Was ist das? Alter, meine Reaktionszeit war ja gerade komplett von der toten Katze, Alter. So, wir machen hier voller Schutz und spielen auf der Speck, ne? Also meine Reaktionszeit gerade war wirklich für die Katze. Die sind jetzt alle A. Ja, jetzt wird das safe ein B-Push. B-Side. Ach Mensch, 78 in den Brustkorb. All B-Side. Da werden wir gerade ganz schön zerschlachtet. Abgeschlachtet. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ja, aber das wird... Also, das Antifusion wird nichts mehr. Vielleicht wird es noch der Kill. Naja, okay. 6 zu 10. Das heißt, wir liegen vier Runden zurück. Da müssen wir jetzt ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen, dass wir das dann nochmal ordentlich hinkriegen. Jetzt gucke ich mal auf A mit der Marsha. Beziehungsweise... Dann lieber mit der Nudge. Ein Orgel. Wir machen da mal die Mitte zu. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ah, A-Side. Junge. Junge, 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 Junge. Ah! Ich könnte mich so über mich selbst älgern. Sehr schönes Ding. Good Job, Team. Sehr schönes Ding. Ich gebe nicht auf, weil es nicht gut läuft. Nein, ich gebe nie auf. Da wäre ich, glaube ich, mit der Spectre diesmal besser dran gewesen als mit der Judge. Aber ein Versuch war es. Man lernt ja nur aus seinen Fehlern. Okay, dann lassen wir uns mal dahin gehen. So doof. So doof. Ja, B-Side. B-Side, ihr mit. Sorry. Ah, ärgerlich. Boah! Flaschen Headshot. Der war böse. Ja, jetzt wird's spannend. Liebt nur noch ein Mate. Ein bisschen hoffentlich jetzt gerade eine Aufholstimmung. Ja, B-Side. Das wird natürlich jetzt kritisch. Oh, er hat einen Teleporter gehabt und sich dann einfach wegtelepriert. Das war clever gespielt. Ist aber nicht schlimm. Ja, wir machen jetzt hier mal eine komplette Echo. Wir holen nur die Ghost mit rein. Was heißt eine komplette Echo? Wir machen nur eine halbe Echo. Dreiviertel Echo. Wir holen jetzt nur mal die Ghost. Gehen jetzt hier auch nicht direkt rein, wie ich es die ganze Zeit gemacht habe, sondern spielen wieder ein bisschen defensiver. Ich habe jetzt die letzten Runden etwas aggressiver gespielt. Bin mal ein guter Mate, ne? Ich bin auf der Spur. Kann man den Ding überhaupt ausweichen? Sehr schön. Sehr schöne Runde. Dann nehmen wir die doch mal mit, oder? Wenn wir die sonst bekommen, nehmen wir die auch sonst mit. Dann nehmen wir die Magazine und dann geht's gleich weiter. Danke. Schön. B-Side. 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 wir locken sie mal ein bisschen aus der reserve sie müssen hier schon ein bisschen vor pushen wenn sie was sehen wollen da kann ich sie auch stöten natürlich nur betäuben was denn sonst damit einfach nicht abdrücken einfach nicht abdrücken oder zu lange warten wie konnte ich denn hier mit der map pingen oder was ging das denn sehr schönes ding aber wir holen wieder auf okay jetzt weiß ich wie es geht es geht mit umschalten umschalten ja gut zurück im game wir versuchen operator zu spielen die muss jetzt direkt sitzen und dann auf die waffe wechseln und dann die jet weg nehmen weil die jet steht eigentlich eigentlich immer da wenn du spielen wenn du spielen wenn du spielen mehrere gegner mitte jungen schade da war ich zu spät mit meinem teleport ich dachte ich könnte jetzt von hinten alle weg nehmen sehr schön der operator zwar nichts getroffen aber wenigstwas gemacht genau dann wenn ich so plane wie ich immer plane funktioniert natürlich nichts ist aber nicht schlimm wir haben die runde gewonnen wir haben auch gut aufgeholt steht jetzt 11 11 also unentschieden ist also noch alles möglich ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Boah, Junge, was war denn das? Ja, schön mit. Jo, Maid, ich hab auch noch nichts. 104 hab ich damit gegeben. Also Operator für mich keine Waffe hier in dem Game. Dafür bin ich viel zu schlecht damit. Also damit kann ich echt nicht gut spielen. Aber meine Mates haben gecarried. Matchpunkt. Sehr schön. Ja, ich wollte mal sagen, wir haben uns echt den Sieg verdient. Wir haben ihn gut aufgeholt. Wir machen hier wieder die Mitte dicht. Und dann machen wir ein bisschen Defense auf B, damit wir auf B nicht mehr komplett rein kacken. Weil ich jetzt der Einige bin, der mit gespiegelt. Ja. Können wir aber hin. Ahem. Hm. Hm. Oh, okay. Können wir nicht wegensaden. Können wir 위h… Leiter nach. Co? da war mein leben zu schlecht hatte ich zu wenig leben sehr schön letzte mitte da ist mit last one mit noch 30 sekunden gut johannes gehen gut job denke sehr schön das geht doch mal gut los ich würde sagen wir sind bereit für ein match ein ringt match gerade mal noch was fertig machen perfekt okay dann geht es mal auf spiel und jetzt mal auf gewertet habe ich jetzt ready dafür ich bin wieder oben oder wenn wir jetzt schon gut dabei sind spielen wir beide um okay okay 20 sekunden jetzt ich wollte dachte gerade ich hätte was kaputt gemacht aber was soll das ich bin wieder frankfurt in haven helfen so eine kleine gast weil die drei punkte hat aber kann ja nur gut werden kann die hoffnung bei mir ich mich jetzt noch nicht in der ersten runde rein 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 Ich hoffe, du bist gut reingerutscht. Ja, einfach reinorgeln, komm. Ja, wenn wir einfach reinorgeln, war natürlich doof. Ja, von oben. Ja, da kommt dir mein Auge dabei. Praktisch clever. Aber, warum nicht? War ja mal ein Versuch wert. Oh, in dir steckt eine furchtbare Bestie, Sky. Entfessere sie. Reingetorkelt, als reingerutscht. So gehört es sich doch, Felix. So gehört es sich doch. Alles andere ist langweilig. Alles andere ist langweilig. Silvester, das ist so der eine Tag, wo man die Legitimation hat, blöde Dinge zu machen. Mit Raketen auf andere Leute zu schießen, sich zu besaufen. Das ist, glaube ich, an Silvester für alle aktiviertes, so im Gesetz festgehalten. Ich habe eine Tee gef confrontiert, die ich gehöre. Ich habe eine Tee gefahren, die ich habe noch gefehltet flames. Und ich habe eine Tee gefahren. Ich habe eine Tee gefahren. Oh, dann haben wir eine Tee gelesen. Oh, dann haben wir einen Mal über. was habe ich denn viel lag alter ja das muss uns hier mit wenn man hier was sonst bekommt dann nehmen wir es doch schenken gold hat man nicht ins maul rein aber hoffen felix hoffentlich nicht zu sehr also du hast also silvester noch miterlebt oder selbst hat er nicht mehr mitzuerleben ist richtig ich vermute mal dass das türkisch war aber ich kann natürlich hat er gerade den rollen auch junge was treffe ich denn hier nicht ja ich weiß noch alles nummer eins regel felix nummer eins regel wenn dann silvester wirklich das wäre natürlich ärgerlich mit sehr schön die reina carried ein respect sein aber wir haben schon gewonnen sorry geht auf meine kappe habe ich verballert aber heute bin ich ein kompletter tag felix da bin ich immer noch immer noch komplett verballert heute schon die ganze zeit ich habe ein powernap gemacht noch eben so vom fünf bis zum haben wir mal kurz vor acht bis halb acht ein paar nap gemacht dann komplett verknittert hier in die stream reingestartet nur das auto ach man ich habe sie noch gesehen ich ärgere mich nicht nur du bist verplant heute generell also ich bin aber es ist schön zu sehen dass ich hier nicht der einzige bin der komplett verballert ist der muss mir aber gerade ich beschissen dass ich da für depressive sprüche hat die denn drauf ich bin ja schon mal echt froh dass ich nicht wirklich der einzige bin der heute so zerknittert ist das geht es geht voll also es ist nicht so schlimm wie jetzt ist es kaum mit so dann hat man die rückseite im blick ja es sind immer meds dabei die dann zu callen haben wir doch haben wir doch aber doch das war so einem jahr das war so vor einem jahr da war es irgendwie richtig schlimm hat mir plötzlich keinen spaß mehr gemacht kann ich gut verstehen ich habe es auch ewigkeit nicht mehr gespielt das haben habe ich heute echt drei runden zwei groß spielt eine runde ungebärdet und das jetzt die erste runde gemeldet renkt einfach noch mal reinzukommen aber aktuell geht es echt kurz gut die maids sind bisher immer alle gut gewesen ganzheit glück oder pechler die maids das ist halt noch bei dieser chamber dieser dieser doch schon bei ist er geht mir ein bisschen auf den nerv aber somit hast du immer das kann sie nicht machen außer bis halt von dem team waren also alle richtig los zu meinen maids ja ich bin auch los hier siehe dieses beispiel ich bin auch los aber kannst du halt nichts draus machen kannst du entweder mit deinen kompletten maids spielen da musst du halt fünf maids immer zusammen bekommen oder haben muss halt pokern auf gute oder schlechte maids ich würde mich aktiv zu den ersten maids sehr schönes ding brauche versterbung gut so gut weiter zu spielen wie sie jetzt ist gut so gut weiter zu spielen wie sie jetzt ist besser geworden die waren früher schon immer schlimm unangenehm gerade auf deutsch aber sie sind erträglicher geworden ja wir gehen mal auf wir gehen mal auf c donpik 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 Finally junge jahr und目 Wentz 2 in den kopf war mal reingeschissen aber die maids machen das das game hoffen sehr schönes ding okay er geht er geht mal im boys er nimmt die trotzdem noch mit all das hat er das war wohl bleibt aber für einmal wir haben zwar die runde verloren zwar jetzt nicht schlimm wir haben ja noch genug vorsprung zurzeit hallo wo bin ich denn ich habe gerade richtig jetzt habe ich noch mal orientierung das ist 13 das ist Das ist ein Wettbewerb. oh stay slow what the fuck don't be don't be don't be come, come, come yeah, but fucked okay nice try find ich auch kann kann nur besser werden das kann immer nur besser werden das ist meine Motivation ich brauche langsam was zu trinken mir wird der Hals ein bisschen wohl dabei ne Mäuschen oh er spielt echt gut aber er geht mir im Boyschat schon jetzt auf den Sack an der junge das habe ich nicht getroffen hallo warum kann ich denn hier nicht machen ja einfach weil wir uns leisten können wird flex aber wir können es uns leisten sehr schön paul sehr schön einfach reinspringen warum nicht geht doch wenn es geht machen wir es nicht zu treffen wäre auch wunderlich gewesen ich habe zwar eben gesagt dass es nicht meine waffe aber was nicht es kann ja nur werden mal den spike und luma was auf c so abgeht ja Dann können wir doch hier in Ruhe bedenken. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte das jetzt nur rumreißen. Aber geht auch so. Dafür, dass es die erste Runde seit Ewigkeiten im Ranked-Modus ist, geht sie ganz okay. Geht sie gut los. Wir machen das Wind nochmal zu. Ich finde aber, die Wadeteiten können so ein Reilo echt ein bisschen küssen, oder? So, naja. Ist jetzt ein Gefühl von mir. Kann natürlich sein, dass das einfach zu hoch gegriffen ist. Gehen wir doch mal A. Haben wir. Nehmen wir mit. Passo. Das ist ein fancy Skin. Der gefällt mir. Nehmen wir mal BIM. BIM. Gibt es ja schon. So. Jetzt müssen 2A, 1B, 2C erkennen. Gehen wir mal BIM. mensch ärgerlich okay wir haben die runde gewonnen hier nicht bekommen passiert im bestand ich bin mal operator oder die hat uns gerade eben schon mehr so gut gefallen jetzt bin ich aus dem takt kommt schon Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Ja klar Komm, 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 komm Ach... ich habe noch angezoomt statt zu schießen das stimmt die runde haben mitgenommen nichts verloren matchpunkt sehr schön wir sind aber auch echt gerade alle ein bisschen falls wir wechseln müssten die auch jungen 52 schade wenn du die noch bekommen ist das wäre sehr schön gewesen aber das war natürlich ärgerlich das war wirklich ärgerlich jetzt habe ich natürlich keine money mehr keine money mehr money habe ich wahrscheinlich noch aber money nicht mehr bei der chat habe ich mich gerade selbst ein bisschen verpokert aber die runde werden wir jetzt gewinnen hoffentlich im besten fall so das ding legen wir mal weg ja wir werden gerade wieder abgeschlachtet ist halt nicht gut ich bin euch auf der spur die hat mal eine p alter ich dachte da könnte ich wenigstens eine knarre mitnehmen spike platziert gegner bei a gemächtet letzter lebender verbündeter verdammt da kannst du mit der mit der ghost nicht viel machen alter wir schaffen das ob der meister da kam kurz die kinder erzählung wieder hoch jungs jetzt müssen wir den deckel drauf machen wir kriegen es nicht in den deckel drauf zu machen das ist natürlich hier im spike rush im matchmaking peinlich weiß ich jetzt 12 zu 5 also peinlich ist es jetzt nicht ach genau dann wo ich auf der falschen Seite bin aber das ist echt gespielt gerade sehr schön ja wenn er mit noch geht das könnte noch was werden bleiben mal mittig dass ich rotieren kann wir müssen jetzt einfach nur den deckel drauf machen alter dann machen wir mal hier den sehr schön ich muss jetzt eine komplette ich mache jetzt meine komplette ich kann hier gerade komplett rein ich muss jetzt mal ein bisschen den arsch zusammenkneifen das ding hier zu machen alter das wäre echt peinlich da gebe ich dir vollkommen recht jetzt mal verkackt 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 die da war ein falscher call geht auf mein nacken ja mein nacken sorry 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 so jetzt wird es zeit hier mal den deckel drauf zu machen genug schabernack jetzt geht es hier richtig ran wir stehen halt alle auf a ja 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 Ich weiß nicht, ob ich es nicht verletzt habe, aber ich weiß nicht, ob ich es nicht verletzt habe. sehr schön jetzt sieht es mal wenig besser aus von der teambesetzung her also von den überlebenden meine ich könnte was werden die müssen natürlich jetzt alle rotieren sehr schön sehr schönes ding halter sehr schönes ding jetzt ist der deckel drauf alter sehr sehr cool so muss das so muss das mit dem von mir ah schön perfekt sehr gut sehr cool okay dann haben wir das jetzt mal gemacht umgewertet spiele weitere also ja okay gut 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 und ihr habt jetzt mal kurz auf kam ihr habt gewonnen sorry felix da hast du was verpasst perfekt wir machen kurze fünf minuten stream pause ich gehe mal kurz pinkeln und wir sehen uns gleich wieder bis gleich so als maiko von newton voll jemals doofes sage dieser felix ist voll sympathisch